hallo mein lieben freund und herzlich willkommen zurück zu der hitman beta zu einem kleinen angezockt ja wir starten da wo wir gestern beendet haben wir haben uns als polizist verkleidet zuerst als elektro als als hier mechanic dann als hier polizist und jetzt ja habe ich eigentlich den versuch vor und diese kleine granate da diese kleine granate bei dem im raum zu verstecken den wir killen sollen den kerwin ritter und ja genau und da dann würde ich mich gerne als schiff typ ich gehe wieder hier ein als schiff typ verkleiden der dann also man kann es auch ach guck mal würde ich sagen da steht ja hier rum dann blaßen wir das ding ja mal wenn man runter okay man ganz bloß so ist sehr geil sehr geil sehr geil so ich gehe mal hier wieder raus und verkleiden uns dann mal als oder versuchen uns zumindest als dings zu verkleiden als wir gehen die so nicht in diesen raum so stupid snobs they don't even know what's going on they're stoppen okay okay oh fuck oh fuck identify yourself to the future to the future we're going to be invincible maureen la 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 vielleicht Cat la 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 tej tak nie ok was machen wir jetzts noch mal jetzt ich bin aufgefallen sagen so ja Okay, also das heißt wir müssen irgendwie Kann man denn jetzt einfach hier warten und Wer hat die Sache beruhigen lassen? Ich weiß es nicht Ja, okay, ich habe dich, Mann You're surrounded, give yourself up, now Hmm This is a waste of time Regrow, we're in Oh, clear Das Problem ist, es dürfen wohl keine Bullen mehr entdeckt werden Was natürlich Sehr problematisch Wir brauchen andere Kleidung Dringendst Sehr dringend Ne, doch nicht Okay, da tut mir jetzt auch nichts Ach, hier können wir Warte, war das ein Schild drin? Genau So, und schon sind wir ein Crewmitglied Wir werden natürlich kein killen Ich weiß nicht wann die auf Das ist das Ding, ich weiß nicht Wann die aufstehen oder so Oder ob die aufstehen Das war auch bei Absolution ja schon so, wo ich nicht so richtig wusste Mach ich es jetzt richtig Und die stehen wieder auf So, ja Okay, wir sind jetzt ein Crewmitglied Und jetzt können wir natürlich mal Uns unter die Leute mischen Wo ich eigentlich gerne wissen würde Wo ich eigentlich gerne wissen würde Ist Ah, ja genau Genau Oh Gott Das ist weit genug Hey, du Hm Ist mich immer in Ruhe Hm Da folgt mir der Tepp Hey, hey, was hast du gesagt? Ich glaube nicht, dass ich dich kenne Hey, ja, du Ach komm Was in der Welt hat diese Person mit dir gemacht? Und können wir nicht über die... All right Where are you? Hey, you Why the hell did you do that? Nein, 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 nein Mach's nicht Okay, als der komme ich da oben nicht durch Ja, was soll ich machen, ne? Ich musste jetzt mal wieder ein bisschen aufräumen Ich bin froh, dass er jetzt nicht geschossen hat Ich muss mal hier rein Da passt bestimmt nur noch ein zweiter rein Oder Ja, passt sogar Wenn wir gerade dabei sind Wenn wir uns auch gleich den noch Und verstauen den mal gleich mit hier hin Dahin Genau So Oh Mann Der Calvin Da aber macht mir zu schaffen hier Wahnsinn Warum der... Warum der... Warum dem das jetzt aufgefallen ist Ich... War das letzte Mal auch dort Und kann jetzt natürlich auch Gift rein müssen, ne? Aber... War das hier? Da packen die Gegner ein bisschen weg Ja, der unterhält sich gerade mit dem Das ist sehr schön Das ist sehr gut Ach, die sind schon da drin Na dann Na dann Ja, so wollte ich das eigentlich machen Teeh Das hat sogar funktioniert Bitte dreh dich nicht rum Na Was denn? Ist das dein Werk? Ja, der Sauergradspolizist Da, in Sauergradspolizist Ich möchte gerne runter. Darf ich denn als Polizist hier raus? Ja, darf ich. Ba-bam-bam-bam-ba-da-da. Komm schon, hör auf. So, jetzt haben wir es mal gesprengt. Zack. Jetzt haben wir es ein bisschen anders gemacht, aber es ist wirklich wahrscheinlich immer ein und dasselbe. In verschiedenen Arten und Weisen. Mission Accomplished. Ja. Genau. Ja. Achso, es geht weiter. Ich habe gerade gesagt, Rumänien war ein Tod. Du sagst, dass er leid? Pläste ist real genug. Desertet. Aber wir haben keine Träße, dass dein Mann immer da war. Oder jemand anderes, für das Wichtigste. Wer hat seine Schritte verloren. Hm. Wir werden immer nachdenken, natürlich. Aber, ehrlich gesagt, es ist als ob die Erde ihn einfach spät aus. Aber du bist noch nicht entscheidend? Das Wichtigste? Ich habe gesagt, dass es keine Seconde Chance gibt. Nicht glauben, was du hörst, Miss Burnwood. Meine Entscheidung steht. Sehr gut. Also, ich werde gucken. Das letzte Test ist auf ein Das ist eine Die 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 Soda's Career Die 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 Jasper Knight Ein Femal US Chess Master Exposed als Soviet Spy Soda Soda up with Knight at a military airfield in Cuba and Eliminated him against all odds This is your objective as well Now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult Not only was the airfield a virtual fortress he even added additional guards Soda's wants you to fail He considers you a threat and this way your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows He did not however factor me into the equation If Soda's can bend the rules then so can I Good luck initiate OKDOKI Ja Haben wir dann alles dabei So Ja Also hier kann man definitiv nicht rein Es wird viel zu sehr bewacht Okay Fehler Das doof ist Warum hab ich hab doch angeschalten Cool Funktioniert 1A Ah jetzt King Go Good Alter. Alter. Was ist das? Geht es secure? Geht es sicher. Pick up. Das gedings. Track. Drop. Zack. Track and Drop Spiel. Cool. Ähm. Okay. Und schon. Kommen wir definitiv weiter. Joa, das war ja okay. Boah, ist das englisch. Englisch ist so. Oh, jetzt sind wir schon mal drin. Das ist doch schon mal gut. Ja. Okay. Wir sollen da drüben. Oh. Mit den Türen ist echt ein bisschen dumm. Darf ich dir jetzt hier raus? Ja. Das ist ja so. Ja. 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 So. Das war um. Oh, wir können da hier reinstecken, bitte. Oh, fuck. Nee, gut. Das war anders. Komm schon. Nein. Das mache ich denn jetzt. Bin so im Scheiß. Falt ich wieder auf. Ich will den Dragon. Jetzt. Und da reinstecken. So. Ja. 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 Schon besser. Mal mit aufpicken. Abben. Geht es darum, dass wir vor der Hälfte nochmal entdeckt werden. Verdammt. Sabotage. Injector Seed. Gut. Das müssen wir von der anderen Seite machen, ok? Ok. Sie ist aufgeräumt und bereit. Gut. Gut. Sind wir klar, um das Sicherheitsprotokoll zu gehen? Ja. Gehen Sie. Ich disable die Ejection-Team. Nein, ich stehe ihn! Gut gemacht, Initiator. Wer bist du? Ich will sagen, dass das ein Erkrank ist, das zu passieren wird. Wir wurden entdeckt. Hey! Gehen Sie! Hey! Hey! You're ignoring me! I know you are! Hey! Hello! Where are you? So! Hey! ALTER, ALTER! Die dürfen sie eigentlich nicht sehen. Die haben erstmal wieder gesaved. Toll. Ich dachte, jetzt hätte ich eine Klammer an die Kamera ranziehen. Oh, 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 oh! Nein! Ich dachte, jetzt hätte ich eine Klammer an die Kamera ranziehen. Nicht schießen! Okay, wir haben uns mal wieder total damit angestellt. Und ja, damit würde ich sagen, wenden wir auch wieder den heutigen Part. Und morgen geht es weiter. Bis dahin! Ciao! 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 Ciao!